Ja, es war cool, weil es wirklich neu war und niemand vorher mal je gefahren ist. Vor allem dort war es neu. Es ist sehr vielseitig, es hat viele Wellen, auch Sprünge, es ist alles ein bisschen dabei. Von daher ist es ziemlich cool. Ich bin einfach gespannt, ich lasse mich überraschen, ich habe keine grossen Erwartungen an irgendwas. Ich lasse mich überraschen, freue mich drauf und dann schauen wir, was rauskommt. Medals sind die dreams der Skier. Wir haben über die Crystal Globes gesprochen. Medals sind sicher etwas, was wir wirklich wollen. Aber ich weiß, wie man einen Medals bekommt oder gewinnen. Der Weg ist immer das gleiche. Es kann auch den Olympischen, World Cup oder eine andere Runde sein. Es gibt nur einen Weg. Und der Weg ist einfach, um sich zu fokussieren und zu skieren am schnellsten. Und zu können, um vielleicht ein bisschen schwerer als die anderen. Und ja, das ist das, was ich versuche, in dem Anfang der Winter zu machen. Und ich versuche, dass ich so bereit bin, wie ich kann für den Olympischen. Bis zum nächsten Mal.